Hi Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Hier ist aus The Kingdom. Wir wollen mit dem kleinen Tulis irgendwie uns treffen, aber ich weiß nicht genau wo er ist. Ich hab die Vögelplatte noch gehabt, deswegen muss ich die Sache mal hier kurz einverleiben. Und da liegt auch noch was rum. Perfekt. So, jetzt ist nur die Frage wo ist der Kleine? Angeblich sollte er hier sein, laut Karte. Wie? Was? Er ist dann überfallen, ich wollte draufhauen, dann springt der hoch und killt mich. Wow. Alter, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte gut, schön überfallen, easy peasy und dann killt er mich. Ey, ich habe extra nicht geheilt. So, jetzt bin ich hier oben bei dem behind hier wieder. Ich weiß nicht wo der Kleine ist. Wo ist der? Ja. Tulin, da hast du ihn drauf da auch nicht. Lagerbuch öffnen, ja. Der Kapitel Tulin, äh, sind schwebende Inseln in der Nähe des Hebra-Gipfels. Was? Ich bin doch auf dem Hebra-Gipfel, oder nicht? Ach, war richtig. Karte. So, Hebra-Gipfel. Was? Ist der über mir, oder was? Ach so, dass er schon über mir ist? Keine Ahnung. Aber da waren wir doch schon überall oben. Och, Mann. Das Spiel verarscht mich doch. Ähm. So. Hier hoch. So. Geh nochmal hoch. Oh shit. Ähm. Ja. Ich sollte erstmal ein bisschen so klettern. Das ist gar ein bisschen kleiner eingeschätzt. Sprung. Und geschafft. Puh. So. Geh nochmal da hoch. Da war nix. Weiter hoch. Wo genau ist er? Ja. Ah, ist er. Ah. Okay. Was ist das nur? Was sieht das an? Was ist denn ein Schiff? Ah. Ist er da wieder? Oder? Nein. Komm. Komm. Komm zu mir. Spricht er. Was war das gerade für eine Stimme? Kann sie von irgendwo da oben? Da ist ein Schiff. Oh, sieh mal. Da oben in der Wolke. Lassen wir es nochmal da. Das war ganz gut. So riesig. Ist das etwa ein Schiff? Das sind ja auch jede Menge dieser kleinen Boote. Ja. Das ist ja wie ein Lied. Weiter kraft wurden Boote gebaut und den himmlischen Lüften anvertraut. So konnte er Gott sein Exil beenden und uns zum Dank eine Arche senden. Das Schiff brachte uns den Wind zurück und das ganze Land erstreite Glück. Das Lied von der Himmelsarche. Oh. Oh, das ist wie ein Kinderlied. Äh, im Kinderlied. Äh, du hast die seltsame Stimme auch gehört, nicht wahr, Link? Sie hat kurz zu mir gesagt. Da bin ich ganz sicher. Als würde sie uns, äh, nach oben rufen. Hier scheint es jedenfalls keinen Hinweis zu geben, wo man es jetzt in Zelda stecken könnte. Vielleicht hat sie sich auf den Weg hoch zu diesem Schiff gemacht. Wie immer es sei. Auf, nach oben, Link. Ja, machen wir. Ernsthaft, ich muss jetzt hier aufhüpfen. Ich hab das schon getan alles. So, den Schrein haben wir. Kann ich jetzt nach oben porten einfach? Ach. Okay, ich mach's einfach mal. Zack. Ach, was er jetzt sagt. Oder ob ich wieder zurück gehen muss. Das kann ich mir eigentlich ersparen. Ich muss ja nicht so weit, äh, klettern. Wenn es nicht nur tut. Ist er wieder nicht da, was? Doch. Er ist hier. Perfekt. So. Dann können wir endlich mal weiter gehen. Ich kann jetzt hier frieren, soviel ich will. Okay, wir sollen nach vorne rüber. Ähm. Ja. Dann. Go. Oh. Alles klar. Haha. So lassen. Oh, was haben wir da? Ich weiß nicht, dass ich direkt in der Wolke lande. Irgendwie schon wieder falsch. Kann das sein? Soll ich auf das Schiff hier raushüpfen? Das könnte gut sein. Aber wo soll ich denn hin? Ah. Und nun? Den ich zurück gehen soll. Geh mal hier rüber. Keine Ahnung. Wow. Ist ja okay. Ich wollte noch was sammeln. Nicht den kleinen Knips auslösen. Doch wieder zurück gehen oder was? Doch wieder zurück gehen oder was? Irgendwann war ich schon wieder falsch. Oh. Ich geh schon wieder hin. Hm. Oh. Ich geh schon wieder hin. Hm. Ah komm. Wir gehen einfach mal den Weg entlang. Vielleicht triggern wir noch irgendwas. Ah. Komm. Wir gehen einfach mal den Weg entlang. Vielleicht triggern wir noch irgendwas. So. Ich kann nicht direkt da hinten hin. Brauche ich hier nicht zwischen landen. Aber jetzt war es dann zumindest bei mir. Und wir gehen nur alle hin. Oh. Gernst du? Er kann uns nur was leid tun. Wow, was? Ach, die Kante. Hier rechts lang. Ach, die Kante. Nein. Natürlich schießt der noch, während ich ihn treffe. Was ist denn das? Wie viel Glück kann der haben? Ich schieße instant auf mich. Ähm, brauche ich das auch noch? Ja. Was ist denn der Sinn? Ich sollte mich heilen. Das macht sonst keinen Sinn hier. So, ähm, wir brauchen irgendwas zu füttern. Hier ist sowas zu füttern. Ein bisschen stark. Vier Herzen. Heißen. So. Passt. So. Zielen. Ups. Nein. Irgendwie was falsch jetzt hier. Ist das zu hoch scheinbar? Da kann ich lang. Ja, eigentlich auch genauso gut. Ich hochpornen. Ich bin mir nicht verwirrt, aber okay. So, einmal hoch. Ehe. Oh, ich hab. So, gut. Und wieder hoch. Ich kenne den Weg doch eigentlich schon. Hat er mir jetzt gefolgt oder nicht? Wo muss ich da hin? War ich da denn schon mal? Ja, doch, doch, genau. Hier an dieser Säule war ich jetzt mal. Dann geh. Komm, genau. Das war auch. So. Ich glaube, ich irgendwas noch triggern muss. Deswegen laufe ich diesen Weg nochmal. Okay. 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 So. Dahin. Hier hoch. Na, das schaffe ich wohl nicht. Ich lieber hier lang. Achso, warte. Hier ist ja noch das Sprung-Ding. Warte, nee. Ich kann gleich das Ding nicht mehr. Da hinten haben wir schon alles. Aber er folgt mir. Also eigentlich kann das nicht so verkehrt sein, was ich hier tue. So. Haben wir noch was? So. Oh, okay. And so я nichts. Okay. So, habe ich jetzt hier noch mal neue Sachen, die ich sammeln kann? Ja, kann ich. Gut. Gut, ansass. Keine Pfeile? Meine Reihe. So, dann. Hier ran. Hier noch mal hoch. Gut. Ah, da muss ich die noch mal wieder kaputt machen. Ich hatte die Augen genutzt hier an dieser Stelle. Brauchen wir die jetzt ein werden. 14 Stück? Ah. Oh boy. Kann ich rüberwerfen? Passt. Okay, gut. Musik. Voll theatralisch schon. Irgendwie zumindest wieder. Nur ein bisschen was. Oh, da war was. Klar war was. Oh shit. Okay. Ich hab's noch mal kaputt. Ey. Gut da. So. So, ein bisschen über. So, dann geht es weiter. Es sind noch ein paar Viecher. So, Bogen. Au. Kann es mal lassen. So. Und die Lanze noch mal mit. Start das Ding. Gut. Das haben wir auch. Genau. Nein. So. Zack. So. Verbinden. So. So. Das andere Ding. Nein. Nein. Einmal hier hin. Verbinden. Tschüss. Ich kann so gut vor ihm fliehen. So. So. Das Blut haben schon den ganzen gekennt. Da muss ich hin. Da muss ich hin. Irgendwo. Irgendwo. Mein Hand. Der es gemacht hatte. Ich weiß nur leider nicht mehr genau wo. Hm. So. So. Schiffchen kommt. Ah. Ein bisschen warten. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. hier. Ich bin. Ich bin. hier. Ich bin. oder was. Ich bin. Jetzt. Ich bin. Wann. Okay. Das hier. Ich bin. und da ist dann wieder neue los springen und jetzt nicht der todesberg oder so ein krater jetzt gehen wir zu dem schiff hier dem kann ich doch zum nächsten kommen schneller da macht aber spaß gefällt mir knapp ok da ist mein landeplatz dann können wir von dem noch höher und von da aus dann in die mitte rein schätze ich so jetzt sind wir sicher dann würde ich sagen wir hätten erstmal den Part wir haben uns jetzt hier hochgeschafft auch mit ein paar kleinen Abbrüchen weil er bestimmte Stellen erreichen muss schade na gut wir machen aber erstmal Schluss weiter und bis zum nächsten Mal Ciao